H.O.R.S.E. ist eine Poker-Variante, bei der fünf Poker-Arten nacheinander in Rotation gespielt werden. Alle Varianten werden hierbei in Fixed-Limit-Form gespielt. Die Spielart wird gewechselt, sobald der Dealer-Button eine Runde beendet hat. Bei Turnieren ist es üblich, dass die Variante nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne mit Erhöhung der Limit-Splines wechselt. Poker-Varianten Der Name leitet sich als Akronym von den fünf verschiedenen Poker-Varianten ab. H.Texas Hold'em O.O.Maha Hold'em H.I.L.O.R.R.R.A.S. S.Seven-Kart-Stutt E.Seven-Kart-Stutt Geschichte Hauptartikel Bei der World Series of Poker war das 50.000 Dollar H.O.R.S.E. Event bis 2009 die K-Sekunden-Turnier mit dem höchsten Buy-In und neben dem Main-Event, bei dem Nuno Limit Texas Hold'em gespielt wird. Das prestigeträchtigste Turnier, da es den Spielern Allround-Fähigkeiten abverlangte. 2006 gewann der mittlerweile verstorbene David Ries das Turnier und 1,7 Millionen Dollar im bis dato längsten Hets-Up der WSOP-Geschichte gegen Andy Bloch. Den Titel 2007 gewann Freddy Depp und mehr als 2,2 Millionen Dollar Preisgeld. Ihm folgte im Jahr 2008 Scott D. N. Guyen mit fast 2 Millionen Dollar Preisgeld. Im Jahr 2009 siegte der Amerikaner David Bach und sicherte sich ca. 1,3 Millionen Dollar Preisgeld. Im Jahr 2010 wurde das Event von der Poker Players Championship abgelöst, einem Turnier mit ebenfalls 50.000 Dollar Buy-In, bei dem zunächst 8 Game und seit 2015 10 Game gespielt wird. Die